Wir kommen jetzt zu unserer heutigen Mannschaftsaufstellung und wie immer beginnen wir mit unserem Mann, mit der Rücke Nummer 1, Peter, Ulazzi. Rücke Nummer 2, Mohamed, Simonian. Mit der Nummer 4, Willi, Rottmann. Rücke Nummer 11, Kimo, Werner. Mit der Nummer 17, Dominik, Rottmann. Rücke Nummer 18, Christopher. Rücke Nummer 19, André. Mit der 23, Marcel. Mit der 24, Xavax. Rücke Nummer 27, Konrad. Und unser Volk zu Rang mit der 37, Abdu. Unser Fehler heißt natürlich Domenico. Und jetzt, gib mir ein R. Gib mir ein B. Gib mir ein R. Wer gewinnen konnte. Rücken. 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 Rücken.